Hallo Margret, ich wollte dir noch das Solo aufnehmen für Precious Lord. Das mache ich jetzt einmal. Ich habe jetzt kein Keyboard dabei, sondern nur diese Orgel. Aber es reicht ja für die Töne. Jetzt muss ich das mal kurz suchen, weil ich hatte ja bei unserem Wochenende ein kleines Playback vorbereitet. Und danach kommt dann der Chorpart. Und den könnt ihr euch auch mal in Playback-Version anhören, dann könnt ihr schon mal eure Stimmen üben. Die Noten habt ihr ja. Los geht's! I am born through the storm, through the storm, through the night. Lead me on, to that light. Take my hand, Precious Lord. Lead me on. Jetzt kommt der Chor. Precious Lord. Take my hand. Lead me home. Lead me on. Let me stand. I am tired. I am weak. I am weak. I am weak. I am warm. I am warm. Through the storm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Precious Lord, take my hand, lead me home, let me stand, I'm tired, I am weak, I am warm through the storm, through the storm, through the night, lead me on, to that light, take my hand, take my hand, take my hand, precious Lord, would you please lead me, please leave me home, let me stand, I am weak, please leave me, lead me home, Bis dahin erst einmal. So machen wir es demnächst bei der Probe. Bitte schon mal Texte auswendig, denn ich freue mich drauf. So.